Oh, was hat denn Sonnenblumenkern auf dem Kopf? War's das schon mit dem Gebiet? Mhm. Oh. Es ist zwar nicht viel, aber es kommt von Herzen. Vielen Dank. Toll, das ist die violette Kristallkugel. Die bislang gar nicht erwähnt wurde, aber ist okay. Wir haben es geschafft, Hamtaro. Ehm, also eben wegen meines Lohns. Es ist nicht viel. Das ist schon in Ordnung. Ich bin ja auch sonst im Wachdienst. Vergiss die Kristallkugel. Was ist jetzt mit meinem L? Es ist nicht viel. Ich habe doch gesagt, du sollst die Kristallkugel vergessen. Mein Lohn. Es ist nicht viel. Replon. Passt auf euch auf. Ham. Momentchen. Wo bleibt mein Lohn? Ich will Kürn auf. Es ist nicht viel. Bring mir die violette Kristallkugel zu Rainbow. Aber das war echt witzig. Das hat voll Spaß gemacht, ey. Rainbow complete. Das hat echt gut geklappt heute. Habe ich so das Gefühl, die Schule, der Park und die Kirmes dauern am längsten. Ja, das letzte Gebiet jetzt war ja nicht mal eine Stunde. Nee. Halbe Stunde. Demo schau, wir haben die violette Zutat gefunden. Eine Murmel. Ihr habt jede Zutat gefunden. Ich danke euch von allen von Herzen. Castel Hamastro hat wirklich Spaß gehabt. Und ich habe die Stimme vergessen, die ich hatte. Panda hat aber nicht viel dazu beigetragen, ehrlich gesagt. Der stand ja nicht immer nur daneben. Der hat dieses Kran-Mini-Spiel, glaube ich, gemacht. Ach so. Wer hätte gedacht, dass Yuppidu dahinter steckt? Äh, ich wusste es von Anfang an. Aber Spaß wäre doch verdorben gewesen, wenn ich etwas gesagt hätte. Okay, dann zaubere ich endlich die letzte Farbe. Äh. Der Ober-Mega-Hyper-Duper-Luper-Final-Boss. Ja. Los geht's. Wir hatten so einige Schwierigkeiten zu meistern, um die Zutaten zu finden. Aber es hat Spaß gemacht. Nein, Fangenier. Trish, ist das was Besonderes? Hm. Hm. Hm? Geschafft. Wir haben alle Farben gefunden. Ist jetzt nicht Pride-Monat? Rainbow und so. Ich habe keine Ahnung. Deswegen. Was hat das mit Rainbow zu... Es ist doch... Es wird doch mit Rainbow gekennzeichnet. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Was wisst ihr eigentlich? Aber okay. Aber ich weiß, dass es im Juni sowas ist. War überall auf Twitter. Deswegen weiß ich das. Nichts davon gesehen. Hm. Na doch, ich habe schon was gesehen, dank gewissen Fanarzt. Geschafft. Wir haben alle Farben gefunden. Das sieht schön aus. Im Juni darf jeder mit jedem rumhamstern. So oder so ähnlich. Ich habe eine Farbe gezaubert. Die letzte Farbe ist Violett. Oder, wie meine Chemie-Lehrerin immer sagen würde, Violett. No. Lilla. Lilla. Endlich kann ich einen Regenbogen zaubern. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich muss aufs Klo. I'm a firing my laser. Das war echt so der Hyper-Beam. Hurra. Jetzt kann ich ins Regenbogenland zurückkehren. Befindet sich das Regenbogenland auf der anderen Seite des Regenbogens? Nein, aber es gibt doch einen Bahnhof, von dem aus ein Zug nach Regenbogenland fährt. Hat aber immer eine Stunde Verspätzung, weil die Bahn ist irgendwie doof. Ich nehme diesen Zug und kehre in meine Heimat Regenbogenland zurück. Lebo, auch wenn du uns verlässt, vergiss uns bitte nicht. Wir sind Flutfreude fürs Leben. Hamtaro. Ich werde euch niemals vergessen. Wir sind auf ewig, Freunde. Adios, Amigos. Okay, es reicht jetzt. Selbst wenn er geht, kann er mal wieder zurückkommen, oder? Nun verabschieden wir Rebo jetzt. Süß. No. Yay. Because that's physics. Du kannst auf Licht laufen. Ja. So. Und Melly kommt passend zu den Credits. Ja. Aber ich finde das voll witzig, wie die so einen regenbogenfarbenen Zug haben und wie Razzi da oben drauf liegt. Oh. Das sind schon echt süße Credits. Aber, dann haben wir die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wir haben alle sieben Zutaten gefunden. Rebo kann wieder Regenbögen zaubern und in seine Heimat zurück. Aber wie ich schon des Öfteren auch gesagt hatte, es gibt auch eine Afterstory. Und die werden wir auf jeden Fall auch machen, wie sich das gehört. Weil ich die als Kind nämlich tatsächlich auch, ich glaube, sogar noch nie abgeschlossen habe, weil ich immer zu blöd dafür war. Oh. Das ist aber auch so ein allgemeines Theme bei allen haben, darauf spielen. Ich war als Kind immer zu blöd, um die abzuschließen. Wir haben es dann mit Jan irgendwann mal im Stream vor vielen, vielen Jahren gemacht. Aber ich glaube, da Jan noch nicht mal mehr wusste, dass es überhaupt eine Afterstory gibt, hat er wahrscheinlich alles schon wieder vergessen. Das ist ja ganze Fahrt, während sie stehen. Ja. Dementsprechend, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da werden wir heute auch schon mit anfangen. Ich glaube, das wird auch noch gut werden. Ich bin gespannt. Da gibt es nämlich tatsächlich auch viele neue Gebiete. Oder neue Nebengebiete von bereits bestehenden Gebieten. Und auf jeden Fall auch viel zu tun. Aber sonst ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr niedliches Spiel. Ich finde es immer so witzig, wenn die Hamtaro-Spiele so als Trash gekennzeichnet werden. Ja, also sind eigentlich ganz schöne RPGs für jüngere Leute. Gut, vermutlich wären es eher Adventures als RPGs, aber egal. Meine ich doch. Vor allem, zumindest das Spiel ist ja von den gleichen Entwicklern wie die Mario- und Luigi-RPGs. Mhm. Was man tatsächlich so ein bisschen an dem Spider-Work auch ein bisschen sieht, finde ich. Aber das erklärt so ein bisschen die Qualität. Na ja. Ich sag mal so, die ersten beiden Hamtaro-Spiele sind ja sehr auf dieses Wort-Suchen ausgelegt, um weiterzukommen. Was ich auch ein bisschen schwieriger finde, weil du teilweise echt nicht weißt, okay, ich komme nicht weiter. Mir fehlt irgendwo ein Wort, aber ich habe keine Ahnung wo. Mhm. Also da bin ich als Kind halt sehr oft hängen geblieben. Rainbow Rescue habe ich zumindest die Hauptgeschichte eigentlich immer ohne Probleme durchspielen können, weil es einfach eben nur die Minigames sind und die sind jetzt auch nicht so schwer. Aber es ist auf jeden Fall auch ganz cool, dass man so durchs Spiel kommt. Was ich vor allem an dem Spiel schön finde, ist, dass zumindest ich das Gefühl habe, dass die anderen Hamster ein bisschen mehr Screentime haben. Das stimmt, weil die ja auch immer mit dabei sind. Am Anfang war es ja nur Hamtaro, im zweiten Teil dann Hamtaro und Bijou und hier sind halt immer alle mit dabei. Mhm. Und jeder hat ja auch so eine kleine Fähigkeit irgendwie. Und ich finde auch irgendwie, du lernst halt voll viel so mit den Regenbögen und in der Schule war ja auch viel so zum Entdecken und das Wasser nicht blau ist und so. Stimmt. Und es ist halt einfach super farbenfroh. Also ich finde das sehr knuffig. Was ist deine Meinung, Jan? Ich mag den zweiten Teil lieber. Aber du magst den hier auch. Das ist auch schön. Gut. Weiß nicht. Ich mag den zweiten und den dritten. Ich finde das nur super schade, dass sie danach nur noch Minigames gemacht haben. Also keine Story mehr oder so. Ja gut, die Frage ist, wie erfolgreich die Spiele waren, ne? Weiß nicht. Aber ich habe sie gemocht. Hallo, das reicht ja wohl. Special thanks. Kyoko Onichi. Mari Shirakawa. Oh, Moment. Ich hätte das machen müssen. Verdammt. Noe Product Localization Team. Okay. Noe Validation and Testing Team. Noe Product Testing. Nein, ich habe nicht gerade erst gemerkt, dass das einzelne Buchstaben sind. Shigeru Miyamoto. Yay. Kenji Miki. Tetsuo Mizuno. Ich glaube, wir sind fast durch. Satoru Iwatono. Steht da auch drin. Den kenne ich. So. Rebo. Brinz Rebo, ich bin so froh, dich hier wieder zu sehen. Dieses Bärtchen macht mich fertig. Was? Die zwei Pixel da? Ja. Als du weg warst, gab es hier ein großes Problem. Was? Rebo, ist das echt der Prinz vom Regenbogenland? Ich kann mich erinnern, dass er gesagt hat, er sei der Star vom Regenbogenland. Aber ein Prinz? Minister, was ist passiert? Folge mir, ich erkläre es dir. Minister? Der hat eine Krone auf. Welp. Was ist los? Wenn es ein Problem gibt, Rebo weiß, dass wir ihm alle helfen würden. Ich will auch mit dem Wolkenfahrstuhl fahren. Geil. Hier Tom. No. Der Ramham. Aber Regenbogenland sieht echt auch schön aus. Hamtaro, wie auch immer spricht. Sehen wir gleich bis. Rebo, du bist es. Willkommen im Theater Regenbogen im Regenbogenland. Dank euch, Hamtams, konnte ich hierher zurückkehren. Freue mich, dass wir helfen konnten. Trotzdem. Hört mir zu. Was ist los? Es ist gut, dass ich wieder hier bin, denn... Während ich weg war, ist nicht ein Besucher hierher gekommen. Ja, mehr da geht's nicht. Das stimmt. Und darum gebe ich euch diese hier. Yay, Einladungen. Was ist das? Einladung? Richtig, das sind Einladungen ins Theater Regenbogen. Nehmt sie bitte und verteilt sie als Geschenk. An jeden Hamster, den ihr trefft. Gut, geben wir sie allen Hamstern, die wir bisher getroffen haben. Ganz genau. Und das Theaterstück beginnt, wenn alle hier sind. Ich kann es kaum abwarten. Ihr solltet euch auf Regenbögen an neun Stellen achten. Die Regenbögen führen euch zu unbekannten Orten. Großartig. Alles in allem habt ihr 40 Einladungen. Ich bitte euch, sie an alle Hamster zu verteilen. Alles klar? Okay. Alles klar. Die Einladung sind für alle Hamster, die wir trafen. Danke, das freut mich sehr. Darf ich übrigens mal auf diese Chat-Nachricht hinweisen? Wolkenfahrstuhl. Und so hat sich klein Trish Chris die Himmelfahrt vorgestellt. Oh ja, das Regenbogen-Kunstwerk im Clubhouse ist fertig. Schaut euch das Regenbogen-Kunstwerk an. Das habe ich im vorherigen Satz schon gesagt. Nun denn, bis später, Amigos. Man muss dazu sagen, es ist so eine kleine Lüge. Von wegen, gebt das jedem Hamster, den ihr seht. Denn offensichtlicherweise kommt das nicht so ganz hin. Es ist halt quasi so, dass es noch mehr oder minder so ein zweites kleines Ending gibt. Nämlich dieses Regenbogen-Theaterstück. Ich glaube, ich erinnere mich sogar. Und dafür müssen wir halt 40 Hamstern, 40 bestimmten Hamstern, die Einladung geben. Wir können das hier auch so ein bisschen verfolgen, wie viele wir schon gefunden haben. Und zwar sind das quasi nur namhafte Hamster, wie jetzt Hamastro zum Beispiel oder so. Denen gibt man die Einladung und dann kommen die hierher. Also nicht einfach allen NPCs, sondern man muss auch wirklich bestimmte Hamster finden. Und es gibt eben noch neue Gebiete mit neuen Hamstern drin. Mit neue Gebiete? Mhm. Und hier wäre die Bühne. Und die sammeln sich dann alle im Regenbogenland. Brett zum Beispiel auch, genau. Und wie gesagt, die sammeln sich dann alle hier oben. Da können wir dann auch mal gucken, ob wir ein paar mehr haben. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mehr oder minder chronologisch durchgehen durch die Gebiete. Ja. Und am Ende dann auch mal gucken, wer vielleicht fehlt. Und wenn man es dem anderen gibt, dann muss man denen die Einladung wieder abnehmen. So oder so ähnlich. Heißt, wir müssen erstmal wieder zurück. Dieser Zug, hä? Verlässt du uns? So kaum wieder. Okay. Ja, ich möchte mit dem Zug gerne fahren. Äh. Sonnberg, Funkelküste. Ich glaube, wir möchten einfach zurück zur... Okay. Ham-Ham-Spielwiese. Und dann können wir von dort aus quasi starten und alle Hamster einladen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir hier tatsächlich immer After-Story haben, weil in anderen Teilen war es immer nur so, ja, du kannst halt noch die 100% machen, Wörter finden und so, aber mehr auch nicht. Ja. Nice, ich habe Schokolade bekommen. Generell ist Prost gehen immer. Oh, jetzt habe ich auch mal. Ich glaube, die Meris wollen auch zur Spielwiese. Ja. Ich glaube, die Meris wollen auch zur Spielwiese. Ich habe auch mal was mitgebracht. Marzipan. Um Gottes Willen. Tatsächlich mag ich eigentlich kein Marzipan, aber bei Merci finde ich das tatsächlich okay, weil da so viel dunkle Schokolade drum ist. Marzipan ist so geil. Der sieht aus wie du. Der Afro? Ja. Äh, der Afro. Genau. Hey Hamz. Hört die Stimme des Baums. Er sagt, er liebt euch alle. Hier ist ein Geschenk von diesem Bell. Nice. Setz diese Wellen aus einem, ein Harmspiel zu umgehen, das ihr nicht mögt. Wenn ihr jedoch Einsatz bekommt, ihr weder Punkte noch Sticker. Das Beste, dass ihr benutzt, sie bei den Harmspielen, die ihr nicht schafft. Aber ich habe Jan. Also ich glaube, Iro und, äh, Razzi wollen nicht weg. Aber ich kann ja jetzt jederzeit mir aussuchen, welche Harmspielen ich mitnehmen möchte. Oh, wie cool. Teilweise brauche ich auch, glaube ich, bestimmte Hamster, weil ich halt bestimmte Minispiele dann auch machen muss. Kai, wen soll ich mitnehmen? Hasmina. Oh, wait, hallo? Okay. Weiter. Ich jetzt wieder? Ja. Ui, ich will ja auch da mein sein. Mit dem Besen. Panda. Mhm. Äh, Bijou? Ich sehe schon, Kai ist ein einfacher Mann, wenn ich mir diese Reihe hier so angucke. Tja, bitte. Noch einer. Nehmen wir noch Schlagstuhl mit. Okay. Dann haben wir unsere Truppe. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Mischung. Ja, du wirst eh irgendwo hinlatschen und dann genau den passenden Hamster nicht dabei haben. Das ist immer so. Ja. Alle anderen sind wohl auch spielen gegangen. So, am Astro hatten wir, glaube ich, erstmal genug. Heißt, wir starten einfach am Sonnberg und gucken, wen wir so finden. Ja. Den hatten wir jetzt ja schon lange nicht mehr. Vielleicht finden wir auch ein paar neue Minispiele. So. Und wenn hier schon direkt Verdienste liegen. Kann ja nicht so verkehrt sein, ne? Perfekt. Mehr Verdienste. Ach, das ist das Froschgebiet. Quack. Okay. Okay. Hamtero ist halt immer dabei. Da kannst du auch nichts gegen machen. Protagonist halt. Sie fressen dich. Ja. Neun Troststick erhalten. Christbaumkugel. War das nicht eine Beere? Doch, das wäre so eine Weintraube. Sie fressen dich schon wieder. Warum bist du so schlecht? Ich weiß nicht, wie das Timing ist. Troststick erhalten. Ich brauche eine Christbaumkugel. Ich laufe jetzt einfach sofort. Svenja. Ja. Erkläre dies bitte. Dritte Christbaumkugel. Beim nächsten Mal mach es jetzt richtig, Kai. Pass auf. Aha. You can do this. 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 Do it. Do it. Do it. Do it. Yes. Dankeschön, Jan. Neun Stick erhalten. Happy Hamtero. Hast du gut gemacht. Ja. Oh. Oh. Hey. Fuck. Ah. Oh no. Hier sind da auch noch drei. Ha. Hüpfen davon. Neun Stick erhalten. Glotzaffe. Das könnte auch so eine echte Rasse sein. Warum hatte der Affe einen Blasch? Warum hatte der Affe einen Blasch? Ich weiß nicht. Wollt ihr vielleicht irgendwie was? Du hast glaube ich. Also ich glaube die müssen auf jeden Fall. Oh. Ich brauche einen Stock. Aber ich habe schon auch eine Angelschnur. Das ist schön. Ich glaube die müssen auf jeden Fall auch einen Namen haben. Sonst können die nicht eingeladen werden. Ich brauche eine Angelroute. Okay. Oh well. Irgendwann. Dann gucken wir doch mal, wen ich hier so finde. Ich glaube es sind sogar auch viele Hamtspiele, die jetzt plötzlich gespawnt sind. Also Lucy, ich denke da immer an dieses komische Frosch-Mini-Spiel in Ocarina of Time, wenn es um Zelda geht. Das Frosch-Konzert? Oder war es halt hier in Majors Mask? Das Frosch-Konzert, was ich jetzt im Kopf habe? Was? Nicht in beiden? Boah, ich habe Ocarina of Time schon ewig nicht gespielt. Prinzipiell schon. Aber alles was in Ocarina ist, ist es prinzipiell auch in Majora. Ja. So. Ich habe sauber gemacht. Was? Was ist das, was ich da bekommen habe? Ein Zahn. Und ich glaube hier geht es dann wahrscheinlich ins Regenbogenland, oder? Oh. Ah ja. Nein, ich möchte nicht mit dem Zug fahren. Aber ich wollte nur mal gucken. Lass mich gehen. Well. Ich glaube. Nein. Man kann nein sagen, okay. Ich will nicht in diese Bahn einsteigen. Was ist das denn hier? Zum Urga-Rettung? Ich bin erledigt. Hey Kinder, auf Felsenzüschleitern macht echt Spaß. Seid ihr so gut wie ich, dann ist es ganz einfach. Geradezu billig. Okay. Ach, Bungee-Rettung stand da. Was hast du verstanden? Burger-Rettung. Im Burger würde ich auch nehmen. Das wäre jetzt geil. Wie angespannt er guckt. Ich muss bubsen. Oh. Vergackt. 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 Es ist gar nicht so einfach, das zu timen. Ich habe... Warum guckt der so? Ah! Neun Stick erhalten. Zitrone. Nice. Neun Stick erhalten. Schlag so am Lesen. Ich wusste erst aus, als hätte er eine Pfeife in der Hand. Ja. Oh. Neun Stick erhalten. Das Tico-Zwillings-Duo. Und tschüss. Und tschüss. Ja, der kann jetzt da unten bleiben, ne? Oh Mensch. Das geht so nicht. Okay, also hier war schon mal kein nennenswerter Hamster. Oh well. Ich hab ja gedacht, das wären 60 Einladungen. Gut, dass es nur 40 sind. Sind? Hamha! Halt mir mal kurz zu, bitte! Dieser Blütenregen will einfach nicht aufhören. Ich versuche, der Blütenherr zu werden. Aber es sind zu viele. Hilft mir jemand von euch? Okay. Kann das jemand von uns machen, ist die andere Frage. Ah, sehr schön. Gut ausgewählt. Ich muss Blütenblätter einsammeln. Sieht so aus, 35. Huch! Meine Güte. Ich komme unterschiedlich schnell runter. Das ist fies. Aber man kann sie noch einandötschen, wenn sie kurz auf dem Boden sind. Ja gut, das ist fair. Eh. Passt. Perfekt. Yay! Ich kann was. Aufschlussweise mal. Ey. 42. Die Antwort auf alles. Neun Stick erhalten. Chinese Bijou. Rain, du bist nur auf der Arbeit und schaust auf der Arbeit einen Hamtaro-Stream? Das ist... Okay. Warum nicht, ne? So. miesperberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber